Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema, wie viel verdient so ein Betrüger-Callcenter eigentlich im Monat? Doch zunächst, was ist ein Betrüger-Callcenter? Ja, vom Prinzip her nichts anderes als ein normales Callcenter. Also ein großer Raum, wo viele Menschen sitzen, alle mit irgendwelchen Kunden telefonieren und Datensätze anrufen. Hier gibt es den Outbound und den Inbound. Inbound wäre, ihr ruft im Callcenter an und erhaltet dann eine entsprechende Leistung. In den meisten Fällen ist es Kundenservice, wie zum Beispiel mal bei der Telekom anzurufen und nach dem Rechnungsstand zu fragen. Doch dann gibt es auch Outbound. Outbound sind Werbeanrufe. Beziehungsweise Callcenter, die nach außen telefonieren. Also ihr werdet angerufen. Und hier bei uns in den Videos haben wir ja ziemlich oft die Masche mit dem Trading-Betrug und Bitcoin-Betrug auf dem Finanzmarkt. Also man möchte von euch Geld haben, nachdem ihr euch auf irgendeiner unseriösen Plattform registriert habt. Und dann rufen ziemlich viele Betrüger an. Nun ja, ziemlich viele Betrüger, das muss tatsächlich noch nicht mal sein. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ihr immer wieder von dem gleichen Callcenter angerufen werdet. Allerdings gibt sich das Callcenter oftmals mit einem neuen Namen aus. Die Trading-Seiten, man kennt sie schon. Tja, das Problem ist dabei, hier lässt sich ziemlich einfach auf Masse sehr viel Geld verdienen. Wenige Dutzend Betrügerbanden betreiben mehrere hundert bis tausend Internetauftritte. Und dazu mehrere viele Dutzend an Werbewebseiten. Ihr tragt euch nun auf irgendeiner Werbewebseite ein und werdet direkt vom ersten Callcenter angerufen. Und bekommt auch direkt die erste Webseite aufgeploppt bei euch im Browserfenster im Internet. Tja, das heißt aber nicht, wenn das nächste Mal ein neues Callcenter von einer neuen Webseite anruft, dass wir hier eine neue Firma dran haben. Es steckt höchstwahrscheinlich sogar das gleiche Callcenter dahinter. Nur mit einem anderen Mitarbeiter. Ja, oder vielleicht sogar der gleiche Mitarbeiter, nur mit neuem Namen. Der Mitarbeiter wird sich dann mit einem komplett neuen Firmennamen auch bei euch melden. Teilweise ist pro Bande, also pro Betrügerbande, bis zu 300 Webseiten kein Problem. Und die werden alle aus einem Callcenter bedient. Ist dieses eine oder die eine Webseite, läuft die schlecht? Und schlecht laufen, damit meine ich tatsächlich, wenn sie so ungefähr unter 10 Millionen Euro im Monat verdienen, dann wird das Callcenter dicht gemacht. Weil das Callcenter nicht genug Umsatz bringt. Das heißt tatsächlich, die Betrüger, für die ist 10 Millionen Euro Umsatz im Monat wenig. Das Erschreckende dahinter ist, dass oftmals deutsche Köpfe hinter diesen Strukturen stecken. Das heißt, Mitbürger von uns, die diese Callcenter im Ausland betreiben. Technisch ist es ja kein Aufwand heutzutage. Ich habe es euch ja schon in verschiedenen Videos erklärt, wie leicht es ist, seine Identität über die Telefonnummer und auch von Webseiten zu verschleiern. Mit VPNs, mit gespooften Rufnummern. Also VPNs sind ja Tunnel im Internet, die man sich graben kann, ohne dass man zurückverfolgt werden kann oder ziemlich schwierig. Genau das Gleiche gilt auch für gespoofte Telefonnummern. Es wird einfach schlichtweg eine falsche Telefonnummer im Display angezeigt. Nun ja, und wie einfach es ist, mehrere Webseiten aus einem Callcenter zu betreiben. Tja, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Alleine dieser Kanal hier hat mittlerweile knapp 50 Telefonnummern, die alle auf einem Telefon ankommen. Und genau das Gleiche geht auch andersrum. Ich kann mit über 50 Telefonnummern raus telefonieren und bei euch jedes Mal im Display eine andere Nummer erscheinen lassen. Mit dem Unterschied, dass mir die Nummern tatsächlich gehören und jeder, der auf den Nummern anruft, auch auf meiner Leitung rauskommt. Die Callcenter haben es noch einfacher. Die faken einfach eine Ausgangsrufnummer und können alles in eurem Display anzeigen. Und somit ist es scheinbar auch so leicht, mit dieser Masche durchzukommen. Wenn die Callcenter schon geschlossen werden, nachdem sie unter 10 Millionen Euro Umsatz im Monat machen, dann könnt ihr euch vorstellen, was so ein Betrugs-Callcenter teilweise in guten Zeiten verdienen kann. Es ist nicht unüblich, dass so ein Betrugs-Callcenter bis zu mehrere 100 Millionen im Monat an Umsatz macht. Und hierbei muss man sich immer wieder im Klaren sein, dass das Geld, was ihr dort einzahlt, dass das nirgendwo investiert wird in der Regel. Die Regel ist, die stecken sich die Kohle in der Tasche oder in die Tasche und machen dann einfach das Callcenter. Nach mehreren Monaten, nach mehreren wenigen Monaten, so im Durchschnitt zwischen drei und sechs Monaten, wird das Callcenter einfach wieder geschlossen. Das komplette Callcenter. Meistens nur die Webseite, dass die Webseite einfach offline ist. So ein Callcenter kann schon mehrere hundert Webseiten abtelefonieren oder für mehrere hundert Webseiten telefonieren. Das hatten wir ja schon bereits. Und wenn so ein Callcenter insgesamt eben weniger als 10 Millionen Euro Umsatz macht, dann schließen sie das Callcenter komplett und suchen sich einfach neue Mitarbeiter. Denn auch die Betrüger sind nicht blöd. Wenn der Umsatz immer schlechter wird, kann es nur an den Mitarbeitern liegen, wie sie sich so am Telefon benehmen. Und größtenteils wird es auch daran liegen, dass man einfach schon bekannt ist und der Name verbrannt ist. Allerdings werden die meisten Betrugsopfer oder in Klammern Kunden in Situationen angerufen, wo man jetzt nicht unbedingt Zeit hat, sich zu informieren. Wenn man die Betrüger erstmal am Telefon hat, dann geht es ja auch nicht mehr darum, dass man irgendwie Zeit haben soll, um sich zu informieren. Sobald man anfängt, Fragen zu stellen, werden die schon unbequem und haben keine Lust mehr auf euch. In den seltensten Fällen gehen die Gespräche länger als eine halbe Stunde. Sobald man irgendwelche Fragen stellt, wird oftmals schon angenommen, dass irgendein YouTuber am Telefon ist. Auf jeden Fall ist das gut, denn damit haben wir unser Ziel schon mal ein kleines Stückchen erreicht. Natürlich noch nicht geschafft, die Betrüger auszulöschen, aber das werden wir wohl auch nie schaffen. Den Betrug gibt es auf unserem Planeten zuhauf. Und nicht nur am Telefon. Da gibt es noch viele andere Maschen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine oder eine andere dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt und eben auch solche Callcenter. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf eine dieser Maschen hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Heilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf eins der letzten Videos oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.